Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder auf der Düronot am Sonntag zusammen mit dem Justin. Servus. Joa, ja, ich bin hier schon unten am Feld. Bei uns ist ein bisschen her seit dem letzten Aufnehmen. Wir müssen noch walzen, nachdem Justin ja beim letzten Mal gesät hat, während wir hier gemäht hatten. Und Justin ist schon fleißig am Striegeln. Das ist auch noch zu erledigen. Wir fangen währenddessen schon mal an. Joa, wir waren ein bisschen vorproduziert, deswegen müssen wir jetzt erst wieder aufnehmen. Zwei bis zwei Wochen her. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder gleich zwei Folgen aufnehmen, weil jetzt sind Pfingstferien. Und wenn da nochmal jemand in den Urlaub fährt, damit es da dran dann nicht scheitern soll und ihr was zu schauen habt. Ganz zur Not muss wenn mal wohl in den Streamern schauen. Genau. Also anschalten. Jetzt walzen wir mal und schauen halt dann, was wir noch zu erledigen haben. Joa. Oder wir machen ganz was Neues. Trauben. Nee. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass wir auf der Bergwiese Trauben machen. Das ist ein bisschen flach. Das ist ein bisschen schreit. Das ist ein bisschen schreit. Wenn du wirst, 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 wirst. Oh, 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 oh. All the time you are wasted. So easy, but it's waited. Life is slashing violet before you die. Oh, you gonna take it. Oh, 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 oh. All the time you are wasted. Pickin' down, we're getting faded. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und wieder wie neu Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stellen den Spaß mal hier mit dazu, weil sonst haben wir ja keinen Platz irgendwie, glaube ich zumindest. Stellen wir mal wieder hier hin, zack, und wo ist hier der Zündschlüssel, da ist hier doch auch irgendwo, nicht, okay, gut, dann würde ich aber auch sagen, war es das mit der Folge für heute, nächste Woche schauen wir mal, was wir machen, gerade wenn jetzt halt die anderen weniger Zeit haben, ob wir vielleicht irgendwie was Neues noch aufsetzen oder mal, keine Ahnung, Bustim, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wir schauen mal, was wir draus machen, und dann dürft ihr natürlich auch gerne bei unserem Partner G-Portal vorbeischauen, denn mit unserem Link in der Videobeschreibung erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Games-Server, benutzt auch gerne bei Giants unseren Partner-Code Schäber, damit unterstützt ihr uns natürlich auch nochmal, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ciao, Leute.